hallöchen ihr war nausend raus und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde anno 22 05 so ich habe ein bisschen gegoogelt und ich bin nicht der einzige probleme mit diesem weltmarkt und dieser konferenz ich habe die firewall freigegeben für anno ich habe keine ahnung es funktioniert nicht ich habe es nicht hingekriegt ist auch egal ich weiß nur dass ich wohl was gelesen habe dass wenn es scheiße läuft dass man nicht mehr weiterspielen kann nach einer zeit und ich muss mal ein bisschen leiser machen glaube ich deswegen es kann sein dass wir vielleicht dann irgendwann nicht mehr weiterspielen können weil man wohl irgendwelche sachen auch braucht von dem markt ich weiß es nicht mal schauen bis jetzt geht es ja noch wenn wir wenn wir natürlich problem haben dass wir da nicht mehr weiterkommen dann ist es halt so da kann ich dann aber auch nicht dran ändern weil ich werde nicht meine komplette firewall freigeben so ich habe auch was von ports gelesen und die soll man definitiv nicht freigeben die man da freigeben soll laut obis oft denn das ist wohl port 80 und 443 und so und das sind wohl ports die nicht so toll sind wenn man die frei gibt so ein häuschen brauchen wir noch ein häuschen ein häuschen und dann sollten wir eigentlich genug arbeiter haben hoffentlich so danke ja sauer die wölfe sind schon an der tür die wölfe sind schon an der tür ich sollte das vertraulich halten aber sie sollten wissen dass einige angehörige der lc heimlich zu erde geflohen sind die global union hat keine angemessene lösung also wurden sie in die protektorate der arktis gebracht und nun bin ich darüber in kenntnis gesetzt worden dass drake mit einer flotte schlachtschiffe unterwegs ist um sie auszulöschen bitte sie müssen einschreiben krisen der verteidigungslinie was tonnra ok ok das heißt wir müssen mal wieder eine krisenregion machen ist ja die oder die die blinkt also die wird das wohl sein ja standard bitte oder mach mal hier fortgeschritten hier was ist denn los gerade an die buletten dann wollen wir doch mal hier alles killen war doch immer machen wir doch mal wieder bis ein stund hier alles aufgefahren was hier sie wissen dass wir uns nicht verteidigen können trotzdem bedrohen sie uns mit einer schlachtschiffe nach der anderen wir brauchen hier unbedingt ihre unterstützung ja du wirst dir wünschen niemals einen fuß auf unser gebiet gesetzt zu haben die erste welle wird die zweite weg wegen aha bist du auch lustig oder fahren wir erstmal hier rum so da ist schon mal treibstoff da liegt auch was naja komm baller die mal ab da und tschüss erstmal hier die den treibstoff aufsammeln zack danke und da vorne ist auch noch was gib mal kurz her fahr mal da bitte rein da liegt nämlich einmal raketen angriff oder wurden ja doch raketen sperrfeuer ja hieß das so da ist eine mauer da stehen auch noch welche da gehen fahren wir gleich mal hin da steht ein grafen lager da steht nach einer mauer klar da stehen auch noch welche die wollen auch mal kaputt machen mach den mal platt wenn es geht rums 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 und kaputt danke ja grafen sauber nehme ich doch nehme ich alles so und die werden wir jetzt auch mal kurz hier mal lang machen hallo wo macht ihr mal vom acker her und tschüss und den tour machen wir auch immer platt hier tschüss sag ich wiedersehen so wir machen mal hier kurz mal reparieren danke weiter geht's hier mach zu lang sehr gut weiter geht's da steht schon eine quest rum also sieben treibstoff da machen wir doch was hat denn hier die kack u-boote hol mal ab hier stümper sehr gut ach dass du noch eins weg mit dir so machen wir mal treibstoff da weg bringen liefern zack und fertig da können wir nämlich magnetit für und dingenschemikalien hier und sowas so und da sind auch welche los mach die mal lang tschüss tschüss sag ich danke so da hinten ist noch was macht dann auch mal platz sehr gut soll ich nur noch irgendwo drum ich glaube was ist das nach grafen alles klar da sind auch noch welche die wir auch noch lang machen so hier so da kommt der dicke beschuss rums 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 sauber weiter zack hier da liegt auch noch was rum jawoll iridium und nochmal raketensperrfeuer schon auf max auf max so da oben ist auch noch eine quest so da oben ist auch noch eine quest oh toll die sind ja schon hier der ist ja doof ah da ist ja doof unterstützungsflotten haben wir gar nicht so viele so hier so hier ein impon oder rein so hier tschüss das nummer eins ist weg so danke leider ist das jetzt schon fertig das ist natürlich doof na egal was soll's eine haben wir jetzt gemacht naja leider nur eine schade ich hätte gerne die anderen beiden auch genommen aber naja naja der veteransdinger wird als nächstes kommen aber den haben wir auch noch leider noch nicht hm zurück zur mission achso ich kann doch noch weitermachen geil kann ich jetzt noch die ganze kann ich nicht den ganzen scheiß noch einsammeln kann ich ja nicht mehr einsammeln achso weil ich jetzt max hab schon ok dann könnte ich ja die eine eigentlich nur abgeben oder oder ach die kann man noch machen ah das ist ja geil das ist ja cool dann liefere das mal ok sehr schön können wir die auch noch annehmen hier benutze die kinetische Schilde ok das können wir machen also die glaube ich ne achso so einmal zweimal und dreimal sehr schön haben wir jetzt eine schönes singen ok jetzt und jetzt machen jetzt machen achso ja jetzt habe ich glaube ich alle fertig ne ja jetzt habe ich sie alle sehr gut und wir sind stufe 6 geil jetzt haben wir den glaube ich ne hier den stinger Wird der Ranzdinger. Irgendwie. Irgendwo. Und als nächstes würden wir den Elite-Titan kriegen. Also den hier. Schönes Ding. Turr, Spark, Stinger, Glacier, Blitzart. Okay. Alles klar. Schönes Ding. Wahrscheinlich. Ohne Sie wäre von unseren Protektoraten nichts übrig. Ja. Immer wenn Sie ein von Virtua Drake's Plane vereiteln, kommen Sie der friedlichen Kolonisierung des Mondes einen Schritt näher. Weiter so. Sehr schön. So sieht das aus. Kumpel. Wir machen immer noch viel zu wenig Geld. Viel zu wenig Kohle machen wir. Hm. Mei, das ist so zum Kotzen, dass wir so wenig Geld machen, ne? Können jeden Credit. Ja, ich könnte auch jeden Credit gebrauchen. Echt, ey. Aber das kriegen wir als nächstes. Beenden Sie Ihr Raumhafen-Upgrade. Okay, dann machen wir doch. Das machen wir doch. Ja, leider kriegen wir echt zu viel Geld. So wenig Geld, ey. Ach, ich weiß es nicht. So, dann beenden wir das doch mal. Bau abschließen. Landeplätze sind klar. Danke. Jetzt können Sie interorbitale Transportrouten einrichten. Aber das heißt nicht, dass Ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass Sie Ihre Kolonie so unabhängig und... Was? Bionische Erweiterung. Okay. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ja. Klar und deutlich verstanden. Der Brauch alles. Boah, ist das wieder zum Kotzen. Was ist das? Das heißt, ich brauche erst mal die noch, weil ich... ...mehr... Was jetzt? Gibst du deiner Dock-Crew nicht mal was zu tun? Weil wir hier, ähm... Ja. Ich bin froh, dass wir sie gefunden haben. Es gibt nur wenige LEC-Kolonien, die nicht von der Orbital Watch kontrolliert werden. Ich kann ihn... Verteidige dich, wenn du kannst. Was? Ach. Scheiße will ich nicht, aber... Wo ist denn dann die Olle jetzt? Frage. Da ist... Der. Da ist... Der. Hm. Ich hab keine Ahnung. Wir haben viel zu wenig, immer noch viel zu wenig Mitarbeiter. Wir brauchen 75 insgesamt. Boah, ist das zum Kotzen, ehrlich. Wir brauchen 75 Minenarbeiter, damit wir den Scheiße freischalten können. Können wir aber nicht. Aber warte mal. Was ist denn, wenn wir für Jungs Kühne rüberschicken? Von da. Plus neun, bis da. Dann machen wir mal... Sagen wir mal, wir machen da... Acht hin. Hier oben sind Ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Ja. Verbindung wird hergestellt. So sieht's aus. Jetzt mach ich Minus. Toll. Geil. Warum mach ich jetzt Minus? Weil die Transferroute wahrscheinlich so teuer ist. 3.000 kostet die Leck mich am Arsch. Geil. Sauber. Warum ist denn der Luxuskost? Oh Mann, ey. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt gucken, dass ich irgendwann noch ausbaue. Sonst... Sonst gehe ich... Gehe ich pleite. Hammer. 3.000 kostet der Scheiß, ey. Ist ja wieder der Shit. Boah. Schauen wir mal. Irgendwo müssen wir jetzt noch Geld herholen. Irgendwie. Ach, darum Luxuskost. Okay. Wir haben zu wenig Vitaminen, Drinks hier. Toll. Toll. Da. Da ist zu wenig warm. Zu kalt. Da auch. Hier kann ich ja einbauen. Da. Da. Da auch. Da nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich sogar pleite gehen, ne? Kannst du mir sagen, was du willst. Hammer. Achso, das ist ja die... Da ist ja gar nicht die Hauptinsel, ne? Da oben war die Hauptinsel, oder? Hier war die Hauptinsel, ne? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Wir haben viel zu wenig Geld. Wir haben viel zu wenig Geld. Echt mal. Viel zu wenig Konservennahrung. Wir haben alles zu wenig. Das ist ja Schmelztiege. Wo waren die Konservennahrung? Dort hier, ne? Gebiet ist gesperrt, Mama. Boah, brech mich... Brech doch nicht hier ab, ey. Was ist denn los? Das Stück. 5.000 Credits. Ich brauche 5.000 Credits, Junge. Gott, ey. Fisch mache ich genug. Viel zu wenig Konserven mache ich. Boah. Tja. Ich mache zu wenig Geld. Ich mache zu wenig Geld. Ich mache zu wenig Geld. So ein Scheiß. Das heißt, wenn ich da die hier hinschicken will, dann kostet es auch 3.000. Ja gut, dann ist es fast unmöglich. Dann ist ja der Shit. Was hat das kostet? Dann ist ja echt der Shit. Die haben doch echt einen Schaden hier. Die Frage ist ehrlich, wie komme ich hier jetzt weiter? Gar nicht. Wie glaube ich denn hier? 185. Dann brauchen wir mal weiter hier. Danke. Tu mal was. Für die Kohle hier. So, das heißt, ich müsste im Prinzip, müsste ich das hier bauen. Mehrmals. Achtung. Unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So, pass mal auf. So. Baustelle bereit für Brückenbau. Ja, ja, Moment. So. So. Die müssen, ich muss hier unbedingt mehr, ich muss mehr Geld verdienen. Ich komme doch nicht drumherum. Ich muss mehr Kohle verdienen. Ach. Obwohl. Ist leider so. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ich kann endlich mal wieder. Ich kriege mal wieder Plus. Ich glaube es nicht. Ich kriege Plus. Ich kriege Plus. Was? Und die Brücke ist fertig. Sauber. Schönes Ding. Wir sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft dafür anwenden. Was sagt der? Ja, bau doch. Bau mal. Mach's halt schon. Ja. Ich muss definitiv mehr Gebäude bauen. So. Also mehr Wohnhäuser. Egal wo. Ich muss hier welche bauen. Zack. 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 Da können wir auch noch zwei hinbauen. Da auch noch eins. Da kann auch noch eins hin. So. Ach scheiße. Das kann da leider nicht hin. Dann so. Baustelle bereit für Brückenbau. So. Auch aufwerten hier alles. Hat Baustelle es bereit? Sauber. Nächste Brücke fertig. Was auf dieser Insel geschieht. Den Vorschriften entspricht. So. Weiter geht's hier. So. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Geld hier wieder. Geht ja gar nicht hier. Da kann auch noch eins hin. Da auch noch. Hier können auch ganz viele hin im Prinzip. Guck mal hier. Da können noch ein paar Wohnkomplexe hin. Genauso wie hier. Und da kann keins mehr hin leider. Nicht schlimm. So. Können hier noch ein paar normale hin. Und hier. Genauso wie hier. Zack. Und da. Da ist mir egal, ob die verbunden sind mit den Kackdingern da oder nicht. Das ist mir gerade Wumpe. Ach so, die sind nicht verbunden. Okay. Aber diese hier. Gibt alles mehr Kohle. So. Uh. So. So, 3400 machen wir schon plus. Da ist doch schon mal was. Was ist das überhaupt? Was fehlt hier? Information. Wie toll ist denn das Ding? 250 kostet das. Das könnte man eigentlich nur bauen hier unten. Warte. Komm, da bauen wir noch jeden. So, bitteschön. Habt alle Informationen da unten. So. Dann seid ihr noch freundlicher. Und vollständig zufrieden. Und ihr verdient eben. Gibt mehr Kohle. Was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob die mehr Kohle darf durchgeben. Ist mir aber scheißegal. Hauptsache die sind zufrieden. Das war falsch. Setz ihn mal da hin. Danke. Hallo. Danke. Dann brauchst du da noch einen hin. Da kannst du auch noch einen hinbauen. So. Süderli. Süderli. Schade. So. Noch mal zwei hoch. Das war schon 4000 plus. So muss das. So muss das. Und nicht anders. Da können wir auch noch zwei hinbauen. Da können wir auch noch eins hinbauen. Zack. Zack. Da können wir auch noch welche hinbauen. Da hinten. Zack. Zack. Und zack. So. Schade. So. Machen wir über 5000 jetzt schon. So. Ist mir jetzt nicht so geil. Muss ich sagen. Weil. Im Endeffekt. Werden wir jetzt Probleme kriegen. Natürlich mit dem. Mit den Sachen hier. Aber da geht mir gerade echt am Arsch vorbei. Muss ich sagen. Wir werden hier natürlich jetzt Probleme kriegen mit Essen. Bio kostet sich ganz im Keller. Vitamindrinks ist hier ganz im Keller. Wasser. Jetzt gerade auch. Aber ehrlich. Ich jub mich gerade nicht. Außer wir kriegen jetzt ein bisschen mehr Geld. Wasser könnten wir aber ändern. Ist das Wasser? Ja. Die kostet fast gar nichts. Und jetzt machen wir. Jetzt machen wir minus drei. Jetzt machen wir wieder plus zwei. Fertig. Haben wir das auch fertig. Und das macht gerade mal 200 Wartung. Also heißt 100 mehr. Also ist gar nichts. So. Vitamindinger sind hier. Aber die müsste ich erst verschieben. Da müsste ich mal gucken. Wo ich da am besten. Ich denke mal hier hin. So. Schauen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs Stück. Seht aus. Jetzt machen wir plus 20. Und das Ding kostet 375. Das ist auch eigentlich nichts. So. Dann eins. Was jetzt noch fehlt. Ist Biokost. Biokost war. Weiß ich gar nicht. Was war denn Biokost nochmal? Wie sehen das Ding aus? Ach das sind die. Ach das sind die Reisfarmen. Alles klar. Stimmt. Ich hatte da ja so. Ich hatte hier die eigentlich so beschissen gebaut. Halt ihm halt da Maul, Junge. Pass mal auf. Ich stelle eine mal hier oben hin. Nämlich die hier. Nimm mir jetzt einfach mit. Ich stelle mir mal hier hin. Weil es kann. Unfällig. Keine Verkehrsanbietung. Warum nicht? Ach so. Ich weiß warum. Jetzt haben wir ein Problem. Verdammt. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Scheiße. Rechte ich direkt komplett hierüber. Kann ich hier nicht hier rüber hinschieben. Ja gut. Das kann ich ja noch machen. Ach so. Die sind jetzt weg. Nicht ganz so schlimm. Ist dann halt so. So. Dann bauen wir nämlich hier. Die Dinger. Immer noch? Habe ich doch. Ach. So. Jetzt haben wir eine Verkehrsanbindung. Danke. So. Module. Eins. Zwei. Drei. Vier. Äh. Na gut. Dann halt nur vier. Ist halt so. So. Nächste. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mehr werde ich nicht kriegen. Gut. So. Jetzt haben wir Plus wieder. Und fertig. So. Biokost haben wir auch wieder Plus. Jetzt haben wir Obst. Minus. Boah. Ist doch nicht zu fassen. Egal. Dann machen wir nächste Folge. Würde ich sagen. Und wie immer. Wie immer. Sag ich zu euch. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Lasst ein Kommentar da. Ansonsten. Einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Wie auch immer. Wir sind zum nächsten Mal bei einer Runde. Anno. 22.05. Tschüssingen. Das ist ein Abo. 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 Vielen Dank.